Eine Tiroler Jägerin ist heute Vormittag bei einer Jagd im Gebiet St. Johann Fieberbrunn schwer verletzt worden. Die Frau war im steilen Gelände ausgerutscht und einige Meter in ein Bachbett gestürzt. Andere Jäger kamen ihr zu Hilfe. Die Bergrettung St. Johann brachte die Verletzte mit einer Trage aus dem unwegsamen Gelände. Der Notarzt-Hubschrauber konnte sie dann übernehmen und ins Krankenhaus St. Johann fliegen.